Kennt ihr das? Ihr sitzt in einem vollen Bus, es ist laut, es riecht nach Mensch, es zieht, weil irgendwo ein Fenster auf ist. Und wenn's richtig gut läuft, dann steckt der Bus noch in irgendeiner Baustelle fest, irgendjemand spielt laut DJ oder packt einen Döner mit Zwiebeln aus. Ich glaube, keiner von uns hat Bock auf so eine Busfahrt, aber die meisten von uns stecken das ganz gut weg. Für Leute, die hochsensibel sind, kann so eine Busfahrt aber schnell mal zum Albtraum werden. Hochsensibilität ist zu einer richtigen Trenddiagnose geworden. Jede Zeitschrift schreibt gefühlt darüber und plötzlich glauben ganz viele, hochsensibel zu sein. Auch euch scheint dieses Thema wirklich brennend zu interessieren. Ich hab mir deshalb mal angeschaut, was wirklich dahinter steckt und vor allem, was die Wissenschaft dazu sagt. Fangen wir von vorne an. Was versteht man überhaupt unter Hochsensibilität beziehungsweise was bedeutet es, hochsensibel zu sein? Der Begriff Hochsensibilität geht auf die klinische Psychologin Elaine Aron zurück. Das ist übrigens die Frau von Arthur Aron, dem Psychologen von der vermeintlichen 36 Fragen zum Verliebensstudie, in der es ja überhaupt nicht ums Verlieben geht. Wenn ihr das Video von mir noch nicht kennt, ich pack euch den Link zu dem Video mal in die Videobeschreibung. So, zurück zum Thema. Elaine Aron beschreibt Hochsensibilität als eine besonders sensible Reizverarbeitung. Das bedeutet, dass hochsensible Menschen stärker und schneller auf Reize reagieren und sie auch tiefer verarbeiten. Sie riechen also z.B. intensiver den Döner im Bus und fühlen sich stärker durch das offene Fenster oder die Lautstärke gestört. Wenn irgendwas in ihrer Umgebung anders ist, z.B. jemand eine neue Brille hat oder einen neuen Haarschnitt hat, dann merken sie das häufig schneller als andere. Und auch wenn irgendwas emotional ist, also sowohl positiv als auch negativ, dann reagieren sie darauf auch oft mit stärkeren Gefühlen als nicht hochsensible Menschen und fangen z.B. schneller mal an zu weinen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass hochsensible Menschen sich meistens gut so in andere hineinversetzen können und super empathisch sind. Super empathisch zu sein klingt jetzt zwar erst mal irgendwie megacool, aber stellt euch mal vor, ihr leidet einfach bei jedem Menschen, dem es nicht gut geht, mit. Ganz egal, ob ihr dieser Person jetzt besonders nahe steht oder nicht. Das kann schon wirklich echt belastend sein. Hochsensible Menschen reagieren grundsätzlich auf alle Reize sensibler als andere, ganz besonders aber auf Gerüche und auf Geräusche. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass sie irgendwie eine bessere Nase oder bessere Ohren haben und deswegen die Reize leichter und stärker wahrnehmen. Es geht hier vielmehr um eine tiefere Reizverarbeitung im Gehirn, das ja die Signale von unseren Sinnesorganen bekommt. Eine Studie von 2014 konnte z.B. im Hirnscanner zeigen, dass Gebiete im Gehirn der Teilnehmenden, die unter anderem für Aufmerksamkeit, Empathie und Emotionen zuständig sind, bei hochsensiblen Menschen in verschiedenen Situationen stärker aktiviert sind als bei Leuten, die weniger sensibel sind. Wie so oft in der Psychologie handelt es sich bei Hochsensibilität um ein Spektrum. Es gibt also nicht nur schwarz und weiß, also nicht nur hochsensibel und gar nicht sensibel, sondern auch so ganz viele Graustufen dazwischen. Menschen verarbeiten Reize halt unterschiedlich und das ist auch ganz normal. Ab wann spricht man denn jetzt aber von Hochsensibilität und kann man das irgendwie messen? Vor knapp 25 Jahren hat die Psychologin Elaine Aron, also die, auf die das ganze Konzept Hochsensibilität zurückgeht, einen Fragebogen entwickelt, die sogenannte Highly Sensitive Person Scale, kurz die HSP-Skala. In dem Fragebogen werden Dinge abgefragt, wie z.B. fühlst du dich schnell gestört von intensiven Reizen wie lauten Geräuschen? Wird es dir schnell zu viel, wenn du in kurzer Zeit viel zu tun hast? Und fallen dir Kleinigkeiten in deiner Umgebung direkt auf? Wenn man dann mehr als 14 von diesen insgesamt 27 Fragen mit Ja beantwortet, dann ist man laut diesem Selbsttest, den man auf der Homepage von Elaine Aron findet, hochsensibel. Bei der HSP-Skala, die in der Forschung benutzt wird, kann man zum Glück noch differenzierter antworten. Also nicht nur Ja, Nein, aber die Fragen sind die gleichen. Was ich hier wirklich gut finde, ist, dass Elaine Aron auf ihrer Homepage darauf hinweist, dass wirklich kein psychologischer Test der Welt so genau misst, dass jemand sein ganzes Leben auf dieses Ergebnis basieren sollte. Es ist wirklich ein superwichtiger Punkt. Da die Homepage und der originale Test auf Englisch ist, habe ich euch noch mal einen Link zu einer deutschen Version von diesem Test in die Videobeschreibung gepackt. Der Ursprung vom Fragebogen ist ziemlich wischiwaschi, was erst mal okay ist bei einem neuen Konzept. Trotzdem muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Man hat hier nämlich einfach so knapp 40 Leute, die sich selbst als hochsensibel bezeichnet haben, genommen, sie interviewt und sie unter anderem auch den Maya Briggs Persönlichkeitstest machen lassen. Und wenn ihr mein Video zu Maya Briggs gesehen habt, dann wisst ihr, was ich davon halte, nämlich gar nichts. So hat man dann auf jeden Fall versucht, ein paar Ideen für den Fragebogen zu sammeln und sich so ein Bild vom Konzept Hochsensibilität zu machen. Danach hat man den Test immer wieder von verschiedenen Leuten ausfüllen lassen, hat alles immer wieder so angepasst und geschaut, was wie, wo gut zusammenpasst, bis man am Ende dann den fertigen Fragebogen hatte. Ich persönlich bin nicht zu 100 Prozent von diesem Fragebogen überzeugt, aber das spricht ja so an sich nicht gegen das Konzept von Hochsensibilität. Man muss halt auch immer im Hinterkopf behalten, dass Hochsensibilität noch kaum erforscht ist, auch wenn gefühlt gerade die ganze Welt davon spricht und viele Leute sich als hochsensibel bezeichnen. Wie viele Leute sind denn jetzt aber wirklich hochsensibel? 2018 wurde die HSP-Skala in einer Studie an wirklich vielen Menschen getestet. Dabei ist herausgekommen, dass rund 30 Prozent niedrigsensibel sind, etwa 40 Prozent mittelsensibel und circa 30 Prozent hochsensibel. Also laut dem Fragebogen. Hochsensibilität trifft also schon recht häufig auf. Ich muss auch sagen, dass ich laut dem Test auch hochsensibel bin. Und wenn ihr den Test gemacht habt, dann schreibt gern mal in die Kommentare, was bei euch rausgekommen ist. Das würde mich, ja, wirklich mal interessieren. Im Rahmen dieser Studie von 2018 hat man unter anderem geschaut, ob das Ergebnis der Hochsensibilitätsskala mit verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen zusammenhängt. Ob man also zum Beispiel, wenn man einen hohen Wert in der Hochsensibilitätsskala hat, man im Big-Five-Persönlichkeitstest auch einen hohen Wert in der Persönlichkeitseigenschaft Introversion hat, also introvertiert ist. Ihr könnt es euch bestimmt schon denken, da besteht definitiv ein positiver Zusammenhang, ein ziemlich hoher sogar. Je sensibler man ist, desto introvertierter ist man durchschnittlich auch. Außerdem hat sich in der Studie gezeigt, dass emotional instabilere Leute auch eher hochsensibel sind. Solche Zusammenhänge werfen in der Psychologie immer ein paar existenzielle Fragen auf. Könnte Hochsensibilität nicht einfach mit bereits bestehenden und gut erforschten Dingen, wie zum Beispiel Persönlichkeitseigenschaften, erklärt werden? Oder ist Hochsensibilität wirklich so was Eigenständiges? Das Problem ist, dass das Konzept Hochsensibilität ja noch eigentlich super neu ist. 25 Jahre ist in der Forschung wirklich noch gar nichts. Vor allem, wenn sich nur so wenige Forschungsgruppen bisher damit auseinandergesetzt haben. Fakt ist, dass unterschiedliche Menschen Reize unterschiedlich verarbeiten. Ob Hochsensibilität jetzt aber so als eigenes Ding existiert, oder ob diese sensible Reizverarbeitung durch andere Dinge, wie zum Beispiel Persönlichkeitseigenschaften, erklärt werden kann, das ist noch gar nicht so richtig klar. Einige ForscherInnen sehen Hochsensibilität auch als mögliche Komponente von Autismus. Und auch Leute, die unter einer Angststörung leiden, erreichen zum Beispiel eine hohe Punktzahl im Fragebogen zur Hochsensibilität. Eine wirklich eindeutige Abgrenzung zu anderen Konzepten steht hier also definitiv noch aus. Und deswegen heißt es übrigens auch häufig mal, Hochsensibilität gibt es gar nicht. Da Hochsensibilität keine Krankheit ist, gibt es auch keine klassische Diagnose. Trotzdem kann es den Betroffenen helfen, zu wissen, dass sie hochsensibel sind. Zu verstehen, warum man in manchen Dingen anders ist und manchmal vielleicht schneller reizüberflutet ist als andere, kann richtig richtig guttun. Außerdem kann so ein Begriff total helfen, sich selbst zu akzeptieren und auch dabei herauszufinden, wo so seine persönlichen Grenzen liegen. Und auch wenn man anderen davon erzählen möchte, ist es einfach super hilfreich, so einen Begriff parat zu haben. Klar kann es super belastend sein, schnell reizüberflutet zu sein und zum Beispiel, nachdem man ein paar Stunden in der Stadt shoppen war, sich erst mal ausruhen zu müssen. Hochsensibel zu sein hat aber auch positive Seiten. Und wenn man seine Schwächen akzeptiert, kann die Hochsensibilität auch eine richtige Superkraft sein. Wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, fühlen hochsensible Menschen so positive Emotionen häufig stärker, sind super einfühlsam, aufmerksam und empathisch. Hochsensible Menschen sind wie so eine wunderschöne Orchidee, die unter idealen Umständen besonders schön blüht, aber halt auch schnell eingeht, wenn irgendwas nicht stimmt. Wenn ihr gerade so die Erleuchtung hattet, dass ihr wahrscheinlich hochsensibel seid und jetzt nicht so richtig wisst, was ihr mit dieser Erkenntnis anfangen sollt, keine Sorge, Hochsensibilität ist keine Krankheit, die irgendwie behandelt werden muss. Wenn ihr aber das Gefühl habt, dass ihr damit nicht alleine klarkommt, dann wendet euch an euren Hausarzt, beziehungsweise an eure Hausärztin oder bei Möglichkeit direkt an eine Psychotherapeutin beziehungsweise an einem Psychotherapeuten. Bei Coaches seid aber bitte vorsichtig, da einige Coaches sehr freizügig mit diesem ganzen Thema Hochsensibilität umgehen und gerne mal Leute, die gar nicht wirklich hochsensibel sind, deswegen für wirklich viel Geld coachen. Ob ihr hochsensibel seid oder nicht, ich find's megaschön, dass ihr alle da seid. Danke, danke, danke für euren ganzen Support. Ohne euch wäre Psychologeek einfach gar nichts. Fühlt euch wie immer virtuell von mir gedrückt und bis nächste Woche. Kennt ihr schon Fabi vom neuen Funk-Kanal Ypsilon? Fabi ist blind und nimmt euch in ihren Videos auf eine wirklich supersympathische Art mit durch ihren Alltag. Schaut gerne mal bei ihr vorbei und lasst liebe Grüße von mir da. Und wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, warum wir Markenprodukte so feiern, dann guckt auf jeden Fall auch mein Video von letzter Woche. Ohne Ahmet ins Schutz